Oje, wohin geht er da? Da hin. Auf das andere Richtung, direkt auf das C wo du markiert hast. Okidoki. Jetzt gibt es sogar 100 Cent Ball. Das gibt Power, ja. Was hast du für ein geile Fallschirm? Ist der permanent Power? Der blaue? Äh, kann ich dir nicht sagen. Der war irgendwo. Oh, ich häng an dem Gebäude. Ich auch, ne. Perfekt. Oh scheiße, ich bin runtergefallen. Perfekt. Er tut für mich. Er ist Schlafen gelandet. Ich glaub das Nachbar. Ach du. Ne, auf das ganz andere Haus. Das ist die Perfektzone, gell. Also wenn wir gelooten haben. Ich glaub wegen mir kannst du auch gelooten. Ja. Ich nutze mir die größtmögliche Zeit um zu loten. Ich brauche nur M240. Ich hab diese 100er Maschine wieder. M240. 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 Oh hier liegt ne Kreuzer. Ich hab immer Rucksackprobleme in dem Modus. M240. Hab ich eigentlich fast nie. Selten. Aber wenn, wenn ich keinen Rucksack finde, dann finde ich so krassen Stuff. Auf, auf richtig kleinem Feld. Und kann nix aufheben. Das fackt ab. Ja. Wenn das so angezeigt wird, dass du das Auto aufheben hast. Aber es einfach nicht aufnehmen kannst, weil du keinen Platz hast. Das ist so der Belastensanglement. Den hab ich gerade. Da muss ich los. Oh das ist belastend. Erst mit dem M24. Nee. Ja. Das wusste. Oh ja. Lauf ich halt ohne Rucksack rum. Alles gefühlt. Ja. Mit seiner M416. Als wenn irgendjemand den Rucksack findet, wäre ja nice. Ich bin eins aber bei mir oben. Ganz ganz oben. Jetzt für n Schluss. Ich muss noch mal einen Muni holen. Ja. Ist ja ziemlich nice. Ich hab schon. Da hinten. Sonst ja jemand. Die laufen jetzt zu uns rum. Hier liegt ein 1er Rucksack. In diesen kleinen Dingern. Ja, ich hab ja einen jetzt. Danke. So Felix, wo ist denn da? Er rübergelaufen auf 3,10 da. Zu diesen großen Häusern jetzt so in den Dreh. Da ist einer hingelaufen. Drüben ist da mindestens noch einer. Da war so geschossen mit. Alter, da ist einer. Da haben wir zwei. Oh, da waren da keine Atem. Hier ist noch einer. Oh, da luckt einer. Ja, ja. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Äh. Äh, aber ein Minihilzer. Wie geht es gerade? Richtig auf. Ah, Linus auf. 75. Ja, ich bin von da andershochs markiert. Da ist einer. Kein Hit. Äh, es hat nichts markiert bei mir. Diese Ziele dann gleich in dem Haus. Ach, da hinter mir, lol. Ist echt da auf, 75. Ah ja, ich seh. Ah, unten. Jetzt läuft der hoch. Ne, es sind zwei sogar drinnen. Einen weißer und einen dunklen. Drei. Perfekt. Auf der anderen Seite ist auch noch einer. Hihihi. Der wollte gerade eine Granate schmeißen. Mal pushen. Ich hab auch noch einen geholt. Ich hab auch noch einen geholt. Jetzt ist es im Buschen. Fahrer rüber da. Ach doch, auf der Treppe oben liegt noch eine Granate. Wartet, hier existiert gleich. Jetzt nicht. Links. Hier unten. Was? Der muss aber einfach drinnen lösen. Ganz viel. Ah, ich komm hier hin. Da ist der noch genug noch. Ah, hier ist der noch genug. Hat das auch noch genug Cluen? Ne. Drei Leute noch. Der hat schon viel Stuff. Könnt man sich immer mal wieder gerne. Ah ja. Richtung 50. So einer ist es also. So einer ist es also. Ah. Ja, er hat Hit. Er hat Hit. Safe. Ich hole dich, ich hole dich. Ich hab einen rausgenommen, ja. Auf Westen. In dem Haus. Ja. Ich hab ihm Body Hit leider nur gegeben. Keinen Headshot. Du musst das ganze Scheiß da neu einstellen, dass da ist. Alles. Alles ist weg. Die sind auch zu zweit da. Ich hab den unten ausgelockt und oben da noch einer. Er läuft unten. Einer läuft wieder hoch. Hoch. Passt auf, dass er nicht ausgelockt wird. Das Geländer ist nicht genau das Geländer, er hat ihn geschützt. Schön. Ja, jetzt kriegen sie Probleme und einer ist unten. Jetzt zieht dich nochmal der Hund. Wo schießt denn der letzte Spasti? Unten. Was steht denn der Zone oder was? Meiner ist tot, meiner ist tot. Ja, er ist im Spielbereich schon. Und der andere. Was war er noch? Ja, der eine ist ja noch dort drüben, mindestens. Der ist ja... Der ist jetzt vermutlich... Ich weiß schon, da unten. Links ans Haus. Und da ist er jetzt. Davon dachte gerade, Vater Achtung. Ja, ja. Der ist keine Chance gehabt. Wo ist der? Schreib mal bitte. Ähm, direkt. Da, wo ich gestorben bin, im Haus davor. Genau. Da unten auf der Ecke. Du guckst gerade auf die Ecke. Ach, verflucht. Ich hab den noch beim Runterspringen gesehen. Da hättest du ins Haus rüber, Felix. Ja, jetzt sind da zwei drinnen oder was? Unten war noch einer. Ja, ja. Ach, das war noch schein. Schein. Wollt, ich guck mal. Ich... Oh, jetzt... Wir smogt einer. Wir smogt hier. Weiß nicht. Hinter uns noch. Äh, einer ist in deinem Haus. Ja, ja. Ein weißer, auf 75 jetzt. Der andere kommt. Der ist tot. Und der andere ist drüber. Der ist bei uns. Ich schmeiß Molotow auf. Der ist tot. Ach, ich... Wer da hochkommt, schmeiß ich drauf. Der ist unten links. Schmeiß unten in die Ecke. Schmeiß unten da rein. Eine Treppe tiefer, weißt du. Geht nicht. Okay. Er schmeißt das hoch. Er schmeißt hoch. Pass auf. Ich will es euch. Ist nicht dumm, der Typ. Das war der, der mich getötet hat. Kannst du runterschmeißen? Ja. Es hat nicht angezeigt, aber es geht. Nee. Hä? Bei mir ist die durchgefallen. Ja. Vielleicht sie können auch hier runterhüpfen und den verarschen. Weißt du, einer geht Treppe, einer geht hier. Kannst du das machen? Ja, ich weiß nicht, wer das noch mal abcheckt. Oder sollen wir uns ein Heil-Duell machen? Weil ich hab genug gemacht. Nee, der ist... Ja, ich auch. Lass den Heil-Duell machen. Ja, der ist alleine. Kommt er? Hallo? Ich glaube, ja. Ja. Okay, ich bin schon nicht. Geh ein bisschen zurück. Ja, jetzt. Zeigt ganz kurz immer. Ich warte, bis er wirklich kommt. Schmeiß mal Granate um. Oh fuck, die. Falsch abgehört. Der will die ganze Zone machen. Lustig. Lustig. Wie machen wir das am besten? Digga, ich hab nichts getroffen. Hast du ihn gehittet wenigstens? Perfekt. Nee, nee. Nein! Wuhuu! Der will hat nichts getroffen. Ja, der hat umgeschrieben. Wollen wir noch mal spielen? Easy, easy.